I'll make all She got it all Mh Ach, Murovik war's, ähm, Murovik war's nicht, weil das ist ja der Spot. Was ist denn dieser komische Draht man in der Quest? Martin an. Ah, danke. Ich find's schade, dass man aber nur sein Auge so sieht, ne, in der Questline. Das schmult er ja quasi durch dieses Loch durch. Ich will es nicht getrefft, kann es sich nur besitzen? Okay. Die haben sich bestimmt viel zu erzählen, die beiden. Vermutung gesehen, dass es quasi sowas wie ein Tamer mit einem Drachen sein könnte. Ja, das hat ja, ähm, Kaffeerausch auch gerade eben schon gemeint. So wie bei Tamer dann, so ein Pet einfach. Story find ich auch cool gemacht, ja. Aber generell so die neuen Storys, die sie reinbringen, find ich eigentlich ganz cool. Weiß nicht, ob sie da jemanden neuen haben, der das macht. Das wird richtig witzig hier ohne Kamel jetzt, ne? Musst du wahrscheinlich die ganze Zeit in mein Valencia-Lager packen. Möglich. Hast du gelebt? Äh, die Story machst du? Ne, ich hab das ja mit dem Stream zusammen gemacht, ja. Ich weiß nicht, ob du da warst an dem Tag. Aber ich glaube, wir haben schon eine Weile gemacht an dem Tag. Ich glaube, vier Stunden oder so, Quest. Wir haben uns das doch schon gut zeitgelassen. So noch was im Pet drauf bringen. Tamer funktioniert ja gut. Das ist so schade mit dem Tamer eigentlich, ne? Tamer ist so eine coole Klasse. Aber geht irgendwie immer unter. Ach ja, da. First Blind, okay. Ich verstehe. Hättest du auch nebenbei auch machen können. Einige waren nicht da, weil sie die Quest selbst machen wollten. Die wollten mich halt nicht spoilern lassen. Könnte ich aber auch verstehen. Du bist unten, ne? Ja, passt schon. Ich hab noch Ritter Buff gerade. Tim hat noch dieses eine Pen. Hallo, Korsny. Ist doch völlig untergegangen am Bot, ey. Ich hab das eine Pen und ich find, dieser Wolf sieht aus wie ein Löwe. Tamer ist halt gerade so ein PvP und ich find gerade im One-on-one echt Bulli, ne? Also ich unterschätze Tamer eigentlich eher selten. Aber siehst du auch ziemlich selten. Nö, nicht jeder. Aber ist ja okay. So viel verraten wir ja nicht, Capirous. Idees, wurde Idees. Ich hab keine Flamme. Also noch nicht. Das machen sag ich sehr nichts. Ähm, wir haben, ich hab jetzt gerade meine 10k Rulipi-Quest gemacht. Hab meine zwei 100er Face-Tags abgeholt. Jetzt bin ich gerade mit Thorsten bei Fogun mit der Season. Und, äh, ja, brauchen nämlich Steine, damit wir weiter aben können. Also machen wir jetzt ein bisschen Vorgang-Grind of Season. Und dann mach ich wahrscheinlich gleich noch ein Level-Up auf 58, so wie das aussieht. Fährt mir gerade ein... Hallo. Spaß, geh. Können eigentlich mal den machen. Und dann machen wir noch den. Mal ein bisschen pushen hier den Shit. Dann nehmen wir den noch mit. Aber natürlich, Thorsten. Das sagst du ja nicht zweimal zu mir. Das musst du nicht zweimal sagen. Habe ich direkt dabei. Wenn es um XP geht, äh, werde ich zum Anti-Wade. Aber eigentlich waren wir doch so weit auseinander, dass sich die XP doch gar nicht teilt dann, oder? Oder teilt die sich trotzdem ein bisschen, wenn wir nicht in Reichweiter sind? Schauen die Cam und sagen, Momo, ich habe keinen Sign-Dienst, ich muss rein. Also scheißegal, wie weit du entfernt bist, oder was? Ich dachte immer, das hebt sich dann auf, wenn du nicht mehr in Reichweiter bist. Oh. Kuckuck. Wie weit bist du jetzt eigentlich mit deiner 3K an, ja, Coxie? Also ich kriege recht gut Steine. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir da unten aus? Komm doch ganz gut hier oben. Komm doch ganz gut hier oben. Ich finde hier so zum Grinden finde ich die echt chillig eigentlich, ne? Also wenn man so ein bisschen, äh, die Kombos draus hat und sie nicht verkackt. Ich weiß halt nicht, wie sie auf den härteren Spots ist eigentlich, sag ich sagen. Bist du mal chillig? Das weiß ich. Das weiß ich. Wodraus die dunkle Klinge. Naja, also mein Movement mit der Decay schätze ich schon sehr. Ich fack das schon ab. Die ist so ein Ronarus-Grunner, so etwas stärkere Mobs, die man dort unschaltet, aber so 1000 Mini-Mobs. Fünnst du? Dunkle Klinge ist ja auch Glaskanone. So, einmal Ohrringen. Hallo? Ist die eine, die Ding? Die eine ganz funny. Die Perle. Ich finde, du kannst mit der, ähm, Dracan ja schon gut Speed in Lingen. Kommst du ein bisschen auf die Skills an, ne? Ich weiß nicht, Garia war zum Beispiel gar nicht mein Ding damals, ne? Also, so gar nicht. Mit der konnte ich mich irgendwie nicht anfreunden. Aber Corsa lag mir auch richtig gut, ey. Corsa hat auch übel gebongt, finde ich. Wird für mich wie beim Archer und Sage echt ein Krampf, die hochzuleven. Ja, beim Archer habe ich mich auch schwer getan, muss ich sagen. Also, da fährt es mir auch nicht so einfach. Sage ging eigentlich so einigermaßen. Kommt doch immer darauf an, wie viel Bock man auf die Klasse hat, ne? Ist kein Bock auf die Klasse? Ist das Hochleveln echt krampfig, so? Awakening, Corsa. Hm, ja. Ja gut, ich habe ja meine Klasse Awakening gespürt. Habe ja mit der Kartenrent gemacht gehabt, der Pilar Kuh und Schwefelmino. Habe ich schon gefühlt. Fand ich gut. Hat mir ja Spaß gemacht. Da konnte ich auch stundenlang rideen. Das hat mich so überhaupt nicht geschnitten. Ja, meine Guardian steht schon bei Kutum. Bin Level 21 easy, wenn wir Duellen. Okay, komm, Fogans, Momo. Ich habe nur Weekly mit Mei gemacht. Ach, die Weekly habe ich letztens auch mit der Dracania gemacht. Bei, wo waren wir? Nagas waren wir. Level 21 aus der Luga. Ja, kommst du dann nachher mit RBF? Lemon? Oder musst du wieder einkaufen, Schuhe putzen? Äh, Fliesen legen? Weiß man nicht, Fingernägelack hier. Achso, und jetzt kannst du nicht mehr umloggen, meinst du? Ja, verstehe, verstehe. Skippen wir mir, pampana, pup. Stoppen, so waren wir Tex. Piii, pampana, pup. Ja mach nur, mach nur Lemon, das stört mich gar nicht. Ich finde die Kisten ja an sich ganz cool ne. Äh, okay wie grindt der? Rechts, links oder was? Die Wokong-Klasse, äh, also Wokong ist ne Klasse, die ich persönlich gar nicht gefühlt habe, aber ich bin überhaupt nicht so für die männlichen Chance, ich zeig mich generell nicht so an. Aber ich denke schon, dass einige enttäuscht sind, wenn die nicht so dies sind. Ähm, neuerk wird jetzt ein bisschen, ähm, Vorgangs noch machen, und dann so demnächst wahrscheinlich. Ich muss ja mein neues Buttermesser ausprobieren, weißt du, Mel Bär? Bock nämlich übel mit dem Valtara. Schmeckt schon die 311 AP. Schon gut. Kannst du eventuell nicht mitmachen? Ja, ich gerne nicht das letzte Mal ja beöffne, also. Ist ja nicht das letzte Mal, dass ich denke. Meine Pads sind aber schon auf rot eingestellt, oder? Mal, ne nochmal, Alter, also, okay. Erstmal 500 andere Sachen anklicken. Letztes Mal, als, ähm, die RWF waren, waren noch keine Dracania drunne. Ich bin also mal gespannt Keine schwarzen Winterbäume Alles abgegrast oder du findest die generell nicht? Okay, ich bin es ja noch nicht Scheiße Naja, jetzt sind Leute auf Ferien, ne? Osterferien und so Jetzt werden die Spots sowieso wieder voll haben Cool, dann ist es zu lang für die Winterbäume Wieso, was haben die denn? An den Cooldown Sonst keine 10 Minuten? Wird das überhaupt 10 Minuten normalerweise? Ja, ne? Ich glaub schon Länger Zeit vergeht so schnell, denke ich noch so wie diese Woche halt 4 Tage Ups, Oster Ah, ich muss trotzdem ganz normal arbeiten Also, ich hab eigentlich nur am Sonntag Freien, ne? Der Rest arbeitet nicht Aber Das ist ja normal bei mir Ich weiß nicht, ich kauf momentan gar nicht so Oster-Shit ein, ne? So, diese ganzen Schokokugeln So, diese ganzen Schokokugeln und so Und wie hab ich momentan keine Schokophaser Ich hab mehr so, komischerweise mehr so ne Obstphase momentan Aber ich geb der Sache noch eine Woche oder zwei Dann hab ich wieder Bock auf Süßigkeiten Hast du mir immer das Gleiche? Äh, ne? Wir müssen jetzt bei 24 sein mit Dracania Meini Keine Schokowoche? Nein, ich hab keine Schokowoche Keine Schokowoche Also Muss am Alter liegen, weißt du? Nee Liegt bestimmt am Alter Ich glaub 24 haben wir jetzt, oder? Mit Dracania Auf Obst, ja Auf Obst, ja So Orangen und Klementinen Und Den ganzen Schmuh irgendwie Grapefoods Kiwis Ich bin voll auf Obst Aber es liegt daran, dass ich keinen serve Das ist das Problem Für Erdbeeren hab ich immer Bock Erdbeeren ist das beste, wo es gibt Erdbeeren und Kirschen Aber jetzt sind bestimmt nur Gegenstücke Der anderen Geschlecht, so wie Kriegerverkür Ich hoffe Dass niemals ne männliche Die Kairos kommt Ich würd das gar nicht fühlen, irgendwie Muss ich ja ehrlicherweise gestehen Ich weiß nicht mehr warum, aber Irgendwie Find ich nicht so cool Ich will mal essen und so bis später Oh gut Bringt euch eure Sicherheit Du hast ne Erdbeeren Hä? Warum? Hä? Wegen Erdbeeren oder was? Erdbeeren sind immer lecker Erdbeeren mit Milch und Zucker Oder mit Schlagsahne Oder einfach nur so Erdbeeren sind immer geil Egal wie Man muss sie nicht spielen Ja Aber sie muss auch nicht existieren Weißt du Da bleib ich hier höchst Die DK braucht kein Band Die kann allein bleiben Die brauchen kein Gegenstück Ich weiß noch, ich weiß was anderes Habe ich auch nicht anders aufgefasst Achso, ich musste nachher noch was erzählen Ich wollte dir das schon längst schreiben Ne? Und wollte dich fragen ob das wahr ist Aber ich schreibe dir das später Ich hab mich ein bisschen in die Ecke gelegt vor Lachen Mh 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 Mach ich aber nachher Wo bekommt man ein großes Bündel Paketschnur? Meistens am Schreibwarenladen ja Oder bei der Post direkt Ja, ich mein dich Nein, eigentlich meine ich die hinter dir Natürlich meine ich dich Ich hab mich ein bisschen Schreibwarenladen Ja Das war doch nicht auf BDO gezogen, oder? Ehhhhh 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 Ja, aber ich hab da auch niet Kisten gepackt Aber warte Wir können das Ehhhhh Ehh曾 Das weiß ich doch nicht Ig items epidemiologische Warte mal paket Ich hab hier Nee Warte mal Da finden wir schonmal niks Schnur No Okay Also F2 hilft uns hier nicht weiter Ehhhhh Das weiß ich doch nicht, Mann Ich dachte, er mag Duelive. Kann man kaufen? Ich dachte, die könnte man vielleicht auch selbst herstellen. Dafür ist F2. Also früher war F2 direkt die Herstellungsnotiz. Mittlerweile sieht F2 halt so aus, dass du erst diese Abenteuer-Tafel hast. Aber wenn du hier oben auf Herstellungsnotizen gehst, dann hast du diese ganzen Rezepte und so. Früher war das direkt die Herstellungsnotiz, aber das hatten sie von Ja oder so geändert. Ja, ich glaube. Oh, das ist ja unbesetzt. Also, bei der Hände. Ja, renne in meine Mops dran, oder? Was ist mit dir? Ich hasse diesen Grind, ne? Oh, da wird's... Aber ich war so, damals war das bei Fados? Ja, ne? Fados war das mit deiner... Ne, ich war's Zorg, du warst Guardia, glaube ich. Und dieser No-Brain-DK, die dort gegründet hat. Oh, ich möchte direkt Krieg erklären, ohne Witz, ne? Was ist mit dir? Bin ich blind, oder? Äh, bin ich blind? Bist du blind? Ich bin nicht blind, aber ist der blind? Kann ich Krieg erklären? Ist mir da jemand sauer? Ne, wahr? Schiff, Kuba, Fados. Ja, genau. Bin ich blind? Ist mir relativ neun, überfordert man da. Ja, alles gut. Ich hab das nicht, ähm, gerafft, dass du es irgendwie gemeint hast. Kaufbar beim Alten und Händler? Okay, danke, Edgar. Also, siehst du, beim Alten und Händler kriegst du das anscheinend. Ich bin viel zu unentspannt für Season-Grind, ohne Witz. Ich bin nicht für Season-Grind gemacht. Okay, Guido, das ist ja gut. Jetzt muss ich nur noch mal sehen, wie die Guido heißt. Was mit B war das? Und das Kriege auch 15 Minuten brauchen, bis sie drunter sind, ne? Ich finde, das müssen sie auch mal anpassen. So Server-Switchen haben sie ja mal angepasst. Ich finde, so Geld und Kriege können auch so... Eigentlich wären 5 Minuten okay, aber ich wäre auch mal 10 Minuten zufrieden. Ich hoffe, die passt dann sogar noch mal an, ja. Wie sieht's denn bei dir da unten aus mit Steiner? Ich habe schon von... 250 habe ich jetzt schon gemacht. War gut. Bisschen Ärzte. Wie viele Ärzte habe ich denn gemacht, Inge? 7 Ärzte leider. So. Oh. Hehehehe. Moment. Wie lange spittet denn jetzt schon Biddy Oka-Virus? A.B. So lange. Fißig. Wie lange. So lange. Wiffer. Warte kurz, Alter! What the fuck, wo läuft sie denn los, wenn ich Tee drücke? Nochmal. Guido? Kannst du es vielleicht für mich machen? Ich kann anscheinend keinen Krieg erklären, warum auch immer. Er lässt mich nicht erklären. Er macht immer K auf, wenn ich M drücke oder läuft bloß, wenn ich Tee mache. Richtig weird. Ich hoffe, ein D-Burb oder so? Ich werde doch nicht mal angegriffen. Meine Güte, diese Kackdrecksmops. Ich glaube, ich habe einen Scha. Ach, ohne Strich ist das. Okay. Ok. Noch was nochmal. So. Ok. Ich habe es dann doch mal geschafft. Das war richtig weird gerade. Ein schwarzer Winterbaum, der Herr gewonnen ist. Ich würde bestimmt ein gernes PvP mit meinen Triwaffen. Ich würde bestimmt Pfannen. Also es ist Thorsten, wenn du gleich mal ein bisschen PvP mit der Dracani ausprobieren willst, ne? So. Dann wäre hier oben gleich Party. Der hat sich getarnt für dich, Sandro. Der hat sich für dich getarnt, der Baum. Damit du ihn nicht fänden kannst. So ein Ding ist das. Ich bin mal gespannt, wie das so läuft. Wie oft ich dich auf die Nase kriege. Ich habe nämlich mit der Dracani bisher noch gar kein PvP gemacht. Könnte also funny werden. Aber die scheinen den ganzen Spot hier oben zu grinden, ne? Irgendwie grindt die komisch. Und wir nehmen dir auch nur eine Hälfte. Sehr verrückt. Naja. Überall gibt es komische Menschen. Du wirst ja genau das gleiche Problem. Hast du mal geguckt im Forum? Woran es liegen könnte. Ich kann dir auch echt gar nicht weiterhelfen, ne? Ich habe dir alles, was ich wusste, habe ich dir gesagt. Aber mehr fällt mir doch echt nicht ein. Nur alte Beiträge. Na gut, aber alte Beiträge heißt ja nicht, dass das nicht funktioniert. Hm. Das ist echt ein Rätsel, ne? Weil es zeigt ja eigentlich bei dir an, aber friert ja dann ein. Hast du bei der Bitrate irgendwas umgestellt oder so? Vielleicht da auch eine Einstellung versemmelt? Hm. ich werde dich so in den boden stampfen also nicht dich, ich meine die bäuche, ich nehme mich ja näher für den scheine ich nämlich luft zu sein ich weiß gar nicht, welche skills man dann am besten macht zum pvp, ne? irgendjemanden planen? oder mache ich das learning by doing? ich meine, noch habe ich meine infinity pots, ne? meine event infinity pots ach, das wird, glaube ich, witzig aber so schauen wir mal um? unsere Gesitze, wie wir uns an ihnen wir die Gesitze geben, wenn wir uns an salaierchen bewahren wir uns an, wenn wir uns an, dann dass dieses Gesitze gibt, die Musik wenn wir uns an zusammen clash, geht es was wir, wenn es jemand sagt, wir uns an, dann